So Lüchen da draußen und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Splack. Ja, wir wurden gerade hochgeportet wieder und wir spielen heute auf der Me- Oh Gott, ich muss kurz nachschauen, ich glaube es ist Ufo, oder? Es ist... Oh Gott, ich kann es gerade nicht... Ich kann es gerade wirklich nicht erkennen, aber nach dem... Na gut, es ist Ufo, ja, es ist Ufo, okay. Ähm, so, ich würde nur sagen, ich mag diese Map eigentlich total. Ich weiß gar nicht, warum ich nicht so geil bist, die ist doch voll cool. So, einfach mal hochschießen gerade und mal schauen, ob ich vielleicht zufällig jemanden treffe. Das wäre ganz nice. So, ich mache mir gerade die ganze Plattform da oben kaputt. Das läuft bei mir, ne? So, aber ich habe scheinbar sogar schon einige Leute zum Tod verhauen, wie es aussieht. Hier ist nur immer behindert, wenn da noch Leute sozusagen ganz oben stehen und ganz unten. Das mag ich dann immer nicht so persönlich. So, den kann ich mal vielleicht überraschen. Oh Gott, ich hätte mich dabei fast selbst umgebracht. Das wäre nicht so gut gewesen. So. Zack, 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 okay. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Fuck, 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 fuck. Und jetzt... Ja, kda, 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 kda. dahinten ist auch jemand und den können wir auch gerne noch mal holen das stört natürlich überhaupt nicht das macht überhaupt keine Umstände also das kann ich gerne ich kann ich auch gerne runterschießen das ist gar kein Problem eigentlich finde ich also das ja mache ich mache ich doch immer wieder gerne für dich ja würde ich nicht für jeden machen aber so treue Leute wie dich das ist doch kein Problem so komm der ist aber hartnäckig ne wisst ihr der will einfach nicht runterfallen ne krass 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 da hat er irgendwelche Probleme hat der Probleme so oh Gott meine Hand tut schon weh vom ganzen Spammen hier Gott ich kann auch gar nicht mehr so schnell schießen weil mein Finger schon weh tut hier mittlerweile muss ich mal den Finger wechseln so jetzt schieße ich mir Mittelfinger so zack 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 und ähm mittlerweile ist die Plattform schon so im Arsch Alter dass er noch immer überlebt das ist ja krass ok ok aber ich habe ihn unten perfekt ich schraube schon mal und jetzt würde ich mal sagen ich springe dann auch runter weil ich will ja nicht dieser Mega Noob Hübschlein der vom Aubern runter schießt das ist ja kacke so ich will nur einen guten Platz zum Runterspringen suchen komm diesen einen da das liegen wir mal von oben es tut mir leid lieber Freund aber äh das mache ich ausnahmsweise mal so ähm ich weiß nicht soll ich lieber auf den Außenring springen ja ne das ist besser weil das mehr leugnet auf den Außenringen was weiß ich so habe ich so bist so im so ähm Spring und jump und außerdem ist der Außenring nur nicht so im Arsch wieder im Ring so und jetzt gleich wenn der vorbei ist der liebe dann kann ich jetzt hier so zack 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 Eliminiere, sag ich mal. Weil sonst ist es kacke. So, der schießt gerade auf den anderen scheinbar. Okay, und der scheinbar ist jetzt... Oh Gott! Okay, der ist tot. Das ist schon mal sehr gut. Das ist sehr gut, weil da sind wir nur noch zu zweit. So, Herrscher, GG. War wirklich bis jetzt ein gutes Spiel. Also egal, ob ich es gewinne oder verliere. Werde ich diese Runde hochladen. So. Mal gerade schauen und jetzt trifft er mich. Oh Gott! Alter, das ist kacke. Der ist jetzt nämlich ganz drüben und ich hasse solche Fahrshots. Ich kann das überhaupt nicht. Vor allem, wenn er jetzt mich einmal so hat, ne, dann... Okay, da kann ich rüber. Okay, perfekt. So, jetzt kann ich nämlich kommen. Oh Gott, der schießt aber richtig gut. Der schießt richtig gut, der Typ. Der schießt echt gut, aber ich habe ihn gekriegt. GG. Ähm, Wirklich eine gute Runde. Vor allem, wenn ich gewonnen habe. Nee, aber Quatsch. Aber wirklich eine gute Runde. Der hat auch gut gekämpft. Auf jeden Fall. Der hat wirklich... Der hat echt gut geschossen. Musst man mal sagen. Der hat wirklich eine gute Kraftsicherheit. Also Respekt dann doch. Ähm, Ja, weil du ja natürlich zuschaust. Also keine Frage. Alle Leute, die jemals Black spielen, die schauen natürlich alle mich an. Das ist keine Frage. Ja. So, und da sind wir auch schon wieder. Ähm, ich hoffe... Alter, ach Gott. Da habe ich den am Anfang gerade so abgeschnitten. Ja, und wir spielen jetzt gerade auf der Map. Äh, Scheiße. Ähm, Irgendwas mit Palette. Warte mal, ich schaue gleich nachher nochmal nach. Ach Gott. Ich bin so behindert. Ich sollte mal ein bisschen besser drauf achten, wenn es immer dort steht. Ne, da steht die einmal dort. Ja, jetzt schnau, Playing und Map. Äh, bla, und da sollte ich mal ein bisschen besser drauf achten. Alter, da sind ja gleich zehn Leute auf einmal gerade gestorben. Und ich habe gerade scheinbar leichte Internet-Lags. Ähm, Betonung liegt doch leicht gerade. Äh, ja, aber wirklich nicht so hart, ey. Nicht so hart, ey. Nur ein bisschen so. So ganz, so geschmeidig, eher so. So, ähm, Alter, das war jetzt gerade aber ein kräftiger Lecker. Ein ganz, ein kräftiger. Äh, starker Bursch war das. So, ähm, was hat der Problem, jetzt eigentlich? Der ist aggressiv auf mich und da von unten schießt noch jemand hoch. Das ist kacke eigentlich. So, oh Gott. Das macht mich wirklich, ähm, aggressiv. So, äh, der, okay, der ist unten. Das ist schon mal sehr gut. Da kann man nicht schmeckern. So, und ich hoffe, ich kann diese Runde auch noch gewinnen. Nee, das, das wäre mal voll dem, voll das coole Zeug, wenn ich immer zwei Runden hintereinander gewinnen würde. Und zwar, es wären dann alle Runden in dieser Folge, gewollt, in der Nutzung. Ähm, oh, jetzt habe ich mich gerade, bin ich selbst gerade runtergesprungen. Das war auch nicht so gut. So, ich kann hier eigentlich wieder hoch. Das sieht ganz danach aus, finde ich. So, warte mal. Zack, zack. Na, also, da kann man ja wieder hoch. Das ist ja over-schoolig. Ist ja, na, ist nicht so schlau, selber runterzuspringen. machen viele Leute, aber mein spezieller Tipp, macht's nicht, weil das ist nicht so gut. So, ähm, der kommt jetzt auch wieder, also will zumindest wieder hoch auch. das werde ich jetzt mal probieren, den, äh, den daran ein bisschen zu hindern, ne? Der Gute. So, wir schießen mal gerade gemeinschaftlich auf den Hof. Ist ja ziemlich nett von uns. nur. So, und, der Typ hier, der kriegt jetzt erstmal eins auf die Fresse. So. Ah, okay. Und, hab ich's nicht gesagt. Der hat jetzt ganz schön alles auf die Fresse gekriegt. So, und, weiter geht's. Ich probier's mal gerade hier rüber zu kommen. Zu dem ja ein bisschen. Okay, jetzt bin ich unten wieder. Jetzt kann ich wieder hochgehen. Kein Problem. Ähm, musst immer nur aufpassen, dass unter dir, ne? so ein bisschen, äh, Land ist, weil, sonst ist das blurred, weil sonst fällt man ganz runter, ne? Wisst ihr? So. Jetzt geh ich mal, ah, jetzt sind plötzlich alle unten. Passt. So, da kommt aber wieder jemand hoch. Ganz frech hier. Der will sich wohl hochstellen und da schneit man, aber das, das, das geht ja nicht. Den müssen wir jetzt, also ich seh das jetzt als meine Pflicht an, persönlich, auch zum Wohle anderer, ähm, den hier umzubringen. Oh, das war jetzt mal eine sehr geschickte Fluchtaktion von dem. da schießt jemand gerade von drüben, das ist blöd. So, und der schießt sogar recht gut wieder mal. Also, das ist unser heutiger Skiller, also, äh, jetzt die ist rundiger, äh, weil vorhin war ja schon noch ein anderes Skiller. So. Ähm, ah, der ist aber wirklich, oh, da kommt das Schaf. Okay, er ist aber mal wieder total ins Nichts geflogen. Ich hab das Gefühl, meine Schafe bringen nicht wirklich viel. So. Okay. Ah, nein. Oh Gott. Und der, oh, der ist ganz unten. Der ist ganz, und das war der Letzte. Shit. Shit. Schreib ich das mal. Alive bei mir, Leute. Heute war ich gleich zwei Runden gewonnen. Und, äh, zweimal so ein epischer Deathmatch. Ähm, schau mal nochmal ein Smiley, vielleicht, um ihn ein bisschen aufzumuntern hier. Oh, weißt du, das ist ja ein interessanter Smiley. Wollte ich eigentlich gar nicht. So, und da stehen wir auch schon wieder. Wir spielen jetzt auf der Map Gold. Vielleicht hat's ja doch der ein oder andere gesehen. Hier seitlich. So, und ich bin gerade mal im Nichts. Aber jetzt bin ich gepoddet worden. Das ist ja perfekt. Und wie immer, probier ich hier mal, möglichst lange oben zu bleiben. Möglichst lange. Das heißt, nicht so viel schießen und mehr denken. So. Alter. Fuck. Fuck. Da ist jemand afkar und hat's so lange oben geschafft. Das ist ja unglaublich. So, und das scheint eines killigeren Menschen zu sein. Äh, okay. Ich weiß nicht. So, oh Gott. Nein. Das war jetzt schlecht. Das war sehr schlecht sogar. Boah. Da geht's runter. Ah, Mama. Ich will hier hoch. So, perfekt. Und ich würde mal sagen, jetzt geht's weiter. Perfekt. So, mhm. Da ist, das ist mal sehr schlau, einfach rumzustehen. Da fällt man nämlich direkt runter. Aber jetzt sind wir auf einer großen, auf einer großen Fläche. Das gefällt mir immer ziemlich. So, ich stelle mich jetzt mal direkt da drunter und hochschießen. Und dann haben wir mal kräftig getrollt, meine liebe Freunde. Das ist ja mal was Schönes. So. Und da hinten würde ich mal sagen, ich greife mal gerade an. Okay, das war jetzt nicht so schwer. Äh, hab ich gar nicht umgebracht, aber es war nicht so der, die Megaskillerin oder der Megaskiller. Je nachdem. Hab ich ja schon oft genug angesprochen, dass vielleicht auch manche Jungen ein Mädchens genommen, nur damit alle anderen Jungen dann auf ihn, Schrägstrich, sie geil sind. So. Äh, oh, das war jetzt knapp. Aber fast hätte ich ihn gekriegt. Fast, aber nur. So, den kriegen wir aber. Den kriegen wir. Perfekt. So, und der nächste, bitte. So, dann schieße ich einfach mal hinten rein. Äh, da oben steht auch noch jemand, nur. Das ist kacke, weil, äh, okay, die springen gerade mal einfach massig runter. selbst runter. Das ist cool. So, da, vielleicht kann ich den, oh nein, blöd, hatte ich es schon selbst entdeckt. Ich hatte gedacht, ich kann ihn vielleicht in die Luft springen damit, aber, das sah nichts danach aus. Okay, jetzt hat er sich das zugebracht. Okay, läuft bei dem. Es sind noch vier, drei Leute, die sind noch übrig, mit mir, das heißt noch, dieses komische Kind da oben und dann noch der. Ich hoffe mal, wir können jetzt hier so ein bisschen Kooperation, die, okay, die runterschießen, wollte ich sagen. und jetzt ist er unten. So, und der letzte, der finale Kampf, würde ich mal sagen. Ah, okay, der finale Kampf. Ach Leute, das wäre doch jetzt so schön gewesen, oder? Ach manno, das ist blöd. Okay, ähm, ja, scheiße. Ich, würde mal sagen, ähm, zade, das wäre es doch nicht dreimal gewonnen haben. Das wäre, das wäre doch schön gewesen. Ich habe, ich habe tatsächlich noch keine einzige Runde kriegen gekriegt, wo ich dreimal hintereinander gewinne, weil ich, ich schaue ja immer, also ich weiß nicht, ich lade ja auch nicht alles hoch, was ich hier aufnehme, aber ich nehme auch teilweise doch richtig schlechte Runden auf, bei denen ich dann auszusehen gleich am Anfang irgendwie sterbe oder bei dem ich einfach out of map teilweise spawne und dann einfach out of map direkt verrecke, direkt bei null Sekunden und null Minuten oder aus Versehen schon vor der Zeit runterspringe, das ist, naja, ja, deswegen würde ich jetzt mal sagen, ne, vielen Dank fürs Zuschauen, ja, und ich würde mir sagen, ja, genau, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, schreibt nochmal in die Kommentare, wie ihr das Black findet, ob ich da weiterhin so viel bringen soll, so ungefähr alle 5 Tage mal, ich weiß auch nicht, ähm, und, ob ich, also genau, wie ihr das Black halt findet und, äh, ja, genau, das solltet ihr mal in die Kommentare vielleicht schreiben, ja, ansonsten würde ich mal sagen, äh, vielen Dank für das Zuschauen, äh, bleibt schleimig, bis morgen dann, ciao!